Mein absolutes Lieblingsdeck neben Death in Texas ist wieder playable in Legacy und es ist richtig stark. Ich muss es euch zeigen. Das erste Deck-Tech auf diesem Channel von vor fast 13 Jahren, über 13 Jahre immer noch zu sein, war ein Deck-Check zu einem meiner absoluten Favorite-Decks und tatsächlich mein erstes Legacy-Deck, weil, man mag es nicht glauben, mein erstes Legacy-Deck war nicht Death in Texas. Mein erstes Legacy-Deck war Dredge und Dredge hat neues Spielzeug bekommen und das schon etwas länger und ich fand es schon etwas länger ziemlich geil, aber Leute sagten so, ja, weiß nicht, ob das gut ist, weil es ist nicht auf Magic Online, ich kann es nicht testen. Dann kam es auf Magic Online und man hat festgestellt, das ist ja geil. Und ich habe in Hamburg zum Beispiel gesehen, wie ein Dredge-Spieler einfach Top 4 gemacht hat und das mit extrem gut, also er hat wirklich gut gespielt und es hat mich wieder dazu animiert, die Dredge-Sachen auszupacken, denn ich habe sie nie wirklich weggegeben. Das sind immer noch die Karten oder viele von den Karten, ein paar Sachen habe ich ausgetauscht, aber zumindest zum Beispiel das Selflet-Kolosseum, was ich euch gleich zeige, ist immer noch das Selflet-Kolosseum aus meinem allerersten Legacy-Deck. Deswegen ist es hier für mich pure Nostalgie und pure Liebe. Gucken wir uns das Deck mal an. Wir spielen untypisch für das Deck. Ich habe euch mal Blue Dredge gezeigt. Blue Dredge ist auch tatsächlich mit Fettschländern gewesen, dementsprechend gar nicht so untypisch. Wir haben vier Scalding-Tarns. Das sind Fettschländer. Großartig. Tappen, Opfern, unser Deck durchsuchen nach einer Insel oder einer Mountain oder sonst was und damit dann das raussuchen. Das ist ganz nett. Was wir damit raussuchen, sind tatsächlich Duels. Drei Volcanic Islands. Man könnte hier auch das Surveillance spielen. Ich habe festgestellt, es ist mir zu langsam. Es gibt Leute, die sagen, das ist gut. Ich persönlich sage, ich spiele hier eine Turbo-Variante und möchte jetzt nicht in irgendwelche langsamen Sachen fallen. Und ich brauche das Rote. Und ich brauche diesen direkten Mana-Input. Ja, wenn man Turn 1 nicht spielen kann, ist es manchmal geil, so zu Wailern zu haben. Aber wenn es das einzige Land auf der Hand ist, man aber sonst eine geile Hand hat mit anderen Karten, die ich gleich noch erwähnen werde, dann ist es manchmal einfach mies, eine Runde zu warten und dann in irgendwie ein Daze zu laufen oder sonst was. Dementsprechend lieber drei Duels, aber man kann auch hier Abschritte machen. Eine Sache, die ich festgestellt habe, ich spiele hier gerne ein Badlands drin. Viele Listen, die ihr online sehen werdet, werden an dieser Stelle ein Underground Sea spielen. Ich muss sagen, ich finde das Badlands und damit das hervorkommende Rote mit dem Schwarzen sehr viel wichtiger. Blau-Schwarz ist sehr stark und sehr wichtig für das Deck, gerade weil Blau eine der Mainfarben ist, keine Frage. Aber dafür haben wir schon drei Duels plus noch gleich, seht ihr, ein Basic, was einfach genug für Blau sorgt, meiner Meinung nach. Dementsprechend spiele ich lieber einen Badlands, was dafür sorgt, dass ich immer noch rotes Mana habe und einen Mountain habe, was sehr wichtig ist in einem Deck und gleichzeitig Zugriff auf das Schwarze habe. Das ist für mich einfach eine sehr wichtige Adaption. Auch wenn es natürlich andere Kritiker gibt, die sagen, nein, das kannst du aber auf keinen Fall machen. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, doch kann man, das läuft ganz gut. Gut, ich habe es schon gesagt, es gibt eine Insel. Dazu haben wir einen Mountain und wie gesagt, vier Cephalet Colosseum. Cephalet Colosseum tappen für ein Blaues, wir kriegen ein Damage oder wenn wir sieben oder mehr Karten im Friedhof haben, können wir das für ein Blaues tappen, opfern und drei Karten ziehen, drei abwerfen. Jetzt natürlich der Punkt, das ist genau eine der Karten, wo die Leute sagen, das Badlands könnte voll schlecht sein. Wenn das unsere Mana-Quellen sind, ist es natürlich bad. Keine Frage, das ist nicht gut. Aber genauso kann ich auch sagen, okay, wenn das und das Undergrounds die eure einzigen Mana-Quellen seid, dann seid ihr kein Turbo-Deck. Dazu kommen wir gleich. Spoiler! So, gucken wir uns mal weiter das Deck an. Beginnen wir weiter mit den Kreaturen. Die Kreaturen haben nämlich tatsächlich ein paar richtig coole Sachen. Das Deck heißt Dredge, denn wir dredgen mit diesem Deck. Dredge bedeutet, dass wir die obersten X-Karten unseres Decks in den Friedhof werfen, vom Deck in den Friedhof, also millen, statt eine Karte zu ziehen. Und alle so, hä? Und ich so, voll geil, wenn man hier drei Karten zieht und dann drei Grave-Trolls macht und einfach 24 Karten von seinem Deck in seinen Friedhof wirft. Das ist gut. Das ist gut. Das ist das, was wir machen wollen im Endeffekt. Dementsprechend haben wir den Grave-Troll drin, das ist ein Fünf-Monter-Null-Nuller, der einfach Dredge-Sex hat. Und wenn ihr das Spiel verkommt, kriegt ihr eine Plus-1-1-Marke für jede Kreatur in unserem Friedhof. Und wir können für einen Mana eine Marke removen, um ihn zu regenerieren. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, wir haben kein grünes Mana im Ding. Wir können ihn zwar reanimaten, mit einem Spell, wo wir gleich zu kommen, aber niemals hardkasten. Ne, ich glaube, wir können ihn nicht hardkasten. Dementsprechend haben wir ihn mit Dredge-Sex. Für Dredge-Fünf haben wir vier Stink-Weed-Ims. Die haben auch noch Dev-Touch. Beziehungsweise nicht ganz Dev-Touch, es ist nur Combat-Damage. Dementsprechend ist es halt leider kein Dev-Touch. Aber ja, drei Mana eins, zwei fliegen Dev-Touch mit eben Dredge-Fünf. Dazu haben wir noch drei Golgari-Thugs, der schlechteste und beste Dredger zugleich. Zwei Mana eins, eins. Wenn er stirbt, dann können wir eine Karte aus dem Friedhof oben aufs Deck tun. Und der hat Dredge-Fünf. Ganz spannend, weil er auch nur zwei Mana kostet, können wir den öfter mal casten und können den dann irgendwie wegopfern und können dann Karten nach oben legen. Wie zum Beispiel die Nacromöben. Davon spielen wir vier Stück. Die können wir zum Beispiel dann aus dem Friedhof zurück oben aufs Deck legen. Was dafür sorgt, dass wir zum Beispiel einfach eine Möglichkeit haben, die wieder ins Spiel zu bekommen. Denn Nacromöben sind zwei Mana eins, eins Flieger. Die sagt, wenn sie vom Deck direkt aus dem Friedhof geht, kommt sie stattdessen ins Spiel. Beziehungsweise nicht stattdessen, sondern die kommen dann aus dem Friedhof ins Spiel. Und das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist einfach eine der wichtigsten Karten für Dredge gewesen. Schon immer. Dazu haben wir jetzt noch zwei Poxwalker. Poxwalker sind Warhammer 40k Karten, drei Mana, drei eins Death Touch. Und immer wenn man ein Spell irgendwo außer aus der Hand spielt, dann kann man die getappt ins Spiel bringen. Das ist halt mega. Weil wir können sie opfern für einen Flashback-Zauber und bekommen ihn direkt wieder. Weil wir opfern ihn als Teil der Kosten zum Beispiel zum Flashbacken. Und die sehen den Spell dann aus dem Friedhof gecastet. Das heißt, sie kommt direkt wieder ins Spiel. Das ist Hammer. Hammer. Brokene Karte habe ich damals bei Warhammer 40k, als es rauskam, schon gesagt. Niemand hat mir geglaubt, weil es nicht auf Magic Online ist. Jetzt glauben es mir alle. Und jetzt sehe ich auch es wie der Nachmacher. Danke dafür. Magic Online. So, dann. Ein Klassiker, den wir drin haben, ist Ox of Agones. Fünf Mana, vier, zwei. Wenn er ins Spielfeld kommt, werfen wir unsere Hand ab und ziehen drei Karten. Und wir können ihn für zwei rote und acht andere Karten, die wir aus dem Friedhof existieren, immer wieder escapen. Also immer wieder aus dem Friedhof holen. Das passiert hin und wieder mal. Und wenn er escaped ist, kriegt er eine Plus-Ans-Ans-Marke. Wichtig ist halt, wir werfen unsere Hand ab. Das heißt, wir werfen alle Dredger ab und können dann halt noch nachträglich dann drei Karten dredgen. Das ist halt stark. Also drei Karten dreimal dredgen, was halt bis zu 18 Karten sind, die wir dredgen. Für zwei Mana. Das ist gut. Das ist gut. So, dann. Eine weitere Karte, für die wir Mountains brauchen. Und deswegen ist für mich der Anger die wichtige Karte, weshalb ich lieber das Badlands spiele, als das Underground Sea. Denn Anger sagt, solange der im Friedhof ist und wir einen Mountain kontrollieren, haben alle unsere Kreaturen Eile. Der Rest von der Karte ist irrelevant. Aber Eile. Eile knallt richtig. Wenn da so ein Oxofagon ist, aus dem Friedhof kommt, für fünf und dann BÄM. Das ist geil. Das ist einfach geil. Findige Leute werden feststellen, wir haben keine Ich-Jurids mehr drin. Da haben wir keinen Platz mehr für. Das waren früher unsere Eile-Kreaturen, mit denen wir so BÄM machen konnten. Was wir aber drin haben, ist Duskana. The Rage Mother. Fünf Mana, fünf, fünf. Wenn sie ins Spielwerk kommt, ziehen wir eine Karte für jede Karte, die Power und Base Toughness von zwei hat. Also zwei, zwei ist. Und immer wenn eine zwei, zwei Kreatur angreift, kriegt sie plus drei, plus drei, bis wenn es so ist. Jeder denkt so, hä? Blackie, what? Ja. Es ist mega. Es ist eine geile Karte, denn eine Karte, die wir auch spielen, die für das Deck gar nicht mal so unwichtig ist, ist tatsächlich die Bridge from Below. Mit der Bridge from Below, kann ich als nächstes tatsächlich mal reinwerfen, akzeptiert einfach, dass sie da ist. Mit der Bridge from Below haben wir viermal eine Verzauberung drin, die für drei schwarze Mana auf dem Feld nichts tut. Gar nichts. Aber, wenn sie im Friedhof ist und eine Nicht-Token-Kreatur vom Feld auf den Friedhof geht, kriegen wir ein 2-2-Zombie. Und wenn beim Gegner vom Feld auf den Friedhof eine Kreatur geht, dann werden alle Bridge from Below aus dem Friedhof entfernt. So. 2-2-Zombies, davon erstellen wir eine ganze Menge und mit Duskana können wir dann eine Menge Karten ziehen, womit wir dann eine Menge Dredgen können, womit wir dann Enger auf jeden Fall im Friedhof haben, damit wir dann mit Duskana und Enger und den 2-2-Zombies einfach gewinnen können. Das ist das Deck. Das ist das Ziel. Wie opfern wir jetzt Kreaturen? Wir haben auf der einen Seite Cable Therapies, vier Stück, das ist ein unserer Stack-Outlet, ein Mana, schwarzes Mana, wir nehmen eine Nicht-Land-Karte, dann revealed ein Opponent unserer Wahl seine Hand und er wirft alle Karten mit dem Namen ab. Das heißt, wir spielen diesen Zauber, wählen einen Gegner und bevor er uns die Hand zeigt, sagen wir Forzaffil, Surgical Extraction, irgendwelche Karten, Lightning Bolt. und er muss alle mit diesem Namen abwerfen. Wir können die Karte aber auch aus dem Friedhof spielen, indem wir eine Kreatur opfern. Heißt, wenn wir zum Beispiel so eine Nackromöbe hier opfern und zwei von den Bridges drin haben, haben wir schon mal zwei Zombies bekommen. Ist ganz nett. Geile dabei ist ganz einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Poxwalker haben, habe ich ja schon gesagt, der Poxwalker sieht diesen Zauber aus dem Friedhof gecastet und kommt, auch wenn wir ihn dafür opfern, direkt wieder. Das ist ziemlich gut. Zweites Tech-Outlet, furchteinflussende Rückkehr, Dread Return. Vier-Manner-Hexerei, wir können eine Kreatur-Card aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen mit Opfer-3-Kreaturen-Flashback. Damit können wir zum Beispiel die Rage-Mother wiederholen und halt eine Menge Karten machen. Zusätzlich, wenn wir Enger im Friedhof haben und eine Menge Karten gemillt haben, können wir auch manchmal so einen Geile-Grab-Troll, der einfach irgendwie 8-8 ist oder so oder größer, aus dem Friedhof ins Spiel bringen und damit zuhauen. Auch das wirklich, wirklich gut. So, jetzt kommen wir noch zu einer Menge Enablern, damit wir es noch irgendwie schaffen, weiterzuspielen. Wir haben vier Otherworldly Gays. Da gucken wir die obersten drei Karten aus dem Stack an, können die Blibby-Randfolge oben aufs Deck tun oder Blibby-Karten davon in den Friedhof legen. Das nennt sich, glaube ich, Surveil 3. Aber hieß hier noch nicht Surveil. Und wir können ihn für zwei meiner Flashbacken. Ihr merkt schon, Flashback aus dem Friedhof spielen, wenn wir sie vorher gemillt haben, so gut. Dann, auch eine Karte mit Flashback, die wir haben, ist Faithless Looting. Faithless Looting, ein rotes Mana, wir ziehen zwei Karten, werfen zwei Karten ab, mit Flashback für drei Mana. Rot. Und dasselbe haben wir noch mal mit sorgfältigen Studien, ein blaues, wir ziehen zwei Karten, werfen zwei Karten ab. Die letzte Karte, die wir haben, ist unsere Turbo-Karte, Lion's Eye Diamond. Mit Lion's Eye Diamond und Faithless Looting kann man zum Beispiel sagen, man spielt Faithless Looting, in Reaktion darauf knackt man Lion's Eye Diamond, man dredged Karten und danach kann man Faithless Looting für die drei, die man hierfür bekommen hat, aus dem Friedhof auch noch mal wieder casten. Das ist zum Beispiel ganz nett oder man sagt halt, man crack this und spielt ein Otherworldly Gaze aus dem Friedhof und nutzt das andere für einen Colosseum oder so. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, mit dem LED umzugehen. Und das ist Mainboard von Turbo Dredge, einem der geilsten Decks, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Dementsprechend gucken wir mal das Sideboard an, weil das Deck, könnt ihr euch vorstellen, ist ziemlich anfällig gegen Grave Detail. So, was dieses Deck spielt im Sideboard ist vier Layline of Sanctity. Aktuell wird sehr viel Discard gespielt, sehr viel Scam und ähnliches und wir können es uns einfach nicht erlauben, dass die Gegner unsere Hand sehen und die kaputt machen. Zusätzlich dazu sind auch noch Möglichkeiten wie Endurance oder Bojookabock, was in Lands, 12-Pose Decks oder Dark Dove, äh, Dark Depths, Entschuldigung, Decks gespielt wird. Sehr gute Karten gegen uns. Mit Layline of Sanctity können sie nicht mehr uns targeten und damit sind sie nicht mehr gut. Dann, Layline of the Void, wie gesagt, es ist eine Menge Scam unterwegs, es ist eine Menge Grave Judd, Reanimate-Sachen unterwegs. Was wir damit nämlich auch machen ist, wir verhindern, dass Kreaturenmädner in den Friedhof gehen und, äh, naja, das bedeutet, dass unsere Bridge from Below niemals aus unserem Friedhof rausgeht. Das ist wichtig. Je nach Matchup habe ich ja schon reingenommen gegen sowas wie Burn oder so, damit die nicht ihre eigenen Kreaturen abburnen und unsere Bridges zuvor zu machen. Manchmal, je nachdem, wie smart der Spieler ist, muss man sie halt outsmarten. Und ja, ich rede hier von smarten Burn-Spielern. Layline kann man immer, wenn man sie auf der Starterhand hat, direkt ins Spiel bringen, deswegen haben wir jetzt hier acht Stück. Das ist das halbe Side-Port. Was wir dann auch haben, ist zwei Chain of Vapor. Chain of Vapor für ein Blaues bringen wir nicht Land zurück auf die Hand und der Beherrscher des Experimenten kann einen Land opfern und wenn er das tut, kann er einen Spell kopieren. Sehr unbeliebter Zauber geworden, da der Gegner einfach manchmal sowas wie Delaylines, wovon wir acht Stück haben, einfach bouncen kann damit. Und ja, das wollen wir nicht. Das ist schlecht. Dementsprechend passiert das halt, dass diese Karte oftmals gar nicht mehr gesehen wird. Ich gehe ohne sie nicht raus, was die Bewandtes hat, dass bei uns halt sehr viel Gravedigger's Cage auch gespielt wird. Und Gravedigger's Cage können wir sonst nicht schlagen. Und zwar gar nicht. So, dann haben wir zwei Stern Dismissal. Damit können wir für ein Blaues eine Kreatur oder Enchantment zurück auf die Hand geben. Enchantment, Rest in Peace, Kreatur, auch manchmal ganz geil. Dann haben wir ein Kioras Dismissal für ein Blaues und dann können wir halt beliebig oft Blau noch dabei bezahlen und können dann eine beliebige Anzahl an Enchantments auf die Hand geben. Ist manchmal ganz nett, wenn der Gegner mehrere Enchantments hat, die zu bouncen nicht verkehrt. So, dann haben wir noch ein Ashen Rider. Ashen Rider, eine Karte, die auch schon seit Ewigkeiten in diesem Deck drin ist, die man auch ganz gut benutzen kann, um tatsächlich einfach möglichst cool Länder und andere permanent und so weiter zu zerstören. Damit habe ich schon Tabernakel zerstört und das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Und ja, wenn er geopfert wird, Exil wird ein anderes permanent ist und dadurch, dass sie Exilen so gut, Show and Tail und so weiter und so fort, auch so ein, man kann sie einfach sehr oft reinborden und man holt sie halt mit Dreaded Turn wieder oder legt sie in Show and Tail. Dementsprechend passt das ganz gut. Und als letzte Karte, weil ich nicht ohne rausgehen kann, habe ich ein Echurid gewählt. Das ist halt 4 meiner 3 Einser mit Eile, der im Endeffekt geopfert wird und wir können zu Beginn des Saisons der schwarze Kreatur aus dem Friedhof Exil und den spielen, also vom Friedhof in die Spielwelt bringen. Und gerade in so Matchups, die irgendwie ein bisschen grindiger werden, wo man dann am Ende irgendwie es nicht schafft, die letzten 2, 3 Damage durchzuschieben, ist so eine Eile-Kreatur eben manchmal geil. Und dafür ist er drin, für so grindy Matchups. Man mag es nicht glauben, aber dafür ist er wirklich gut. Das war das Sideboard und dann gehen wir mal in den Deck-Talk und ich erkläre euch, warum das Dredge-Deck eins der geilsten Versionen und Inkarnationen des Dredge-Decks ist, die ich je gesehen habe. Dredge ist wirklich so ein schönes Deck. Ich liebe, 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 liebe Dredge. Ich finde die Fähigkeit, seitdem sie in Ravnica 1 rausgekommen ist, einfach geil. Und dieses Deck belebt in mir, meine Liebe, hundertprozentig wieder und es zeigt, wieso diese Fähigkeit sowas von geil ist. Wir haben viele alte Sachen mit Golgari Grave Troll, Capi-Therapy und Cephali-Kolosseum, die halt früher schon viel gespielt wurden. Plus jetzt eben neue Tools wie Anger, naja, neu, er ist auch schon urich alt, aber eben sowas wie Poxwalker, den wir immer wieder aus dem Friedhof mit Capi-Therapy und ähnlichem immer wieder bekommen, um einfach nur eine geile Kreatur zu haben und sie zu benutzen. Und Duskana, die halt wirklich sehr, sehr viele Karten zieht und einfach einen Win einfach manifestiert. Wenn wir die reanimaten können mit 1, 2, 3 Zombies, haben wir unseren Win manifestiert. Muss man einfach sagen. Weil die Zombies werden ja noch 5, 5 und es ist so geil. Es spielt um so viele Sachen rum. Manchmal ist es so geil, der Gipfel macht so erste Runde so, äh, ich diskarte dich und ich denke mir so, mh, okay, viel Spaß. Soll ja eh alles im Friedhof landen. Und andere Sachen gibt es dann so Sachen wie Civiled Colossaeum, was halt kein Zauber ist, was dafür sorgt, dass man manchmal trotzdem aufgehen kann. Da hängt man da mit haufenweise Counterspells in der Hand und man denkt da, nein, ich werde dich trotzdem töten. Und das ist so, so cool. Enger zu inkludieren macht halt viel, viel Spaß und erinnert mich so ein bisschen an das Madness Deck, was ich auch sehr geliebt habe und was super explosiv war und super schön war. Und dieses Turbo Dredge ist wirklich aggressiv. Wirklich schön und macht mega, mega viel Spaß. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut es euch mal an. Ihr könnt es ja mal proxen, könnt es ja mal durchtesten und ja, guckt es euch an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist, das Video zu liken, mich zu abonnieren und mir in den Kommentaren zu schreiben, ob euch das gefällt. oder nicht. Nur damit kann ich wachsen. Wenn ihr sagt, hey, ich fand das und das doof oder kannst du das und das verbessern, gucke ich nach, ob ich es kann und dann werden wir gemeinsam einfach besser. Genau wie ich besser werde durch die Unterstützung meiner Patrons. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die hier auf diesem Screen sind. Ihr helft mir ungemein in meinem Weg als YouTuber, als Magic-Spieler, als Influencer. Ich habe das böse Wort gesagt. Und ja, ihr helft mir ungemein und vielen, vielen Dank an euch. Hier sind alle ab Thalia plus Tier, Thalia Tier und Supporter Tier. Ihr könnt mal schauen, es gibt noch 3,50 Euro, gibt es noch Fan-Level zum Beispiel. Ihr könnt mal schauen, ich glaube, 3 Euro kostet das Fan-Level, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich kann nicht so viel Geld geben. Überlegt euch, ob ihr 3 Euro entbehren könnt. Wenn ihr sagt, nee, kann ich nicht, ist nicht schlimm. Ist absolut nicht schlimm. Ich habe schon gesagt, liken, abonnieren, schreiben, was cool ist. Hilft genauso. Zeigt es coolen Leuten, dass man hier Dredge spielen kann und die Leute, die es noch nicht kennen, zeigt denen das Deck-Tag. Und das hilft genauso und dementsprechend hoffe ich, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksade. Ciao, ciao.